Ja, herzlich willkommen bei Heideki.TV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist kurz vor Silvester, deswegen haben wir dich eingeladen. Peter, herzlich willkommen. Wir machen heute Silvester-Transformation mit dir. Vielleicht sind viele Zuschauer dabei, die sich fragen, hey, was macht denn der Peter da, der hat gar kein Haarproblem. Das lüften wir gleich. Vorerst kommen wir erstmal zu dir, Dennis. Dennis, neues Gesicht bei uns. Ganz frisch bei uns im Team seit Oktober. Und ich kann euch nur sagen, schaut genau dieses Video, weil er ist mega fresh. Er ist ein mega fresher Stylist, aber davon könnt ihr euch selber gleich überzeugen. Ja, wir kommen nochmal drauf zurück. Dein Geheimnis sieht wie folgt aus. Zeig uns doch mal oder zeig den Zuschauern mal, was sich darunter verbirgt. So sieht das leider aus. Ich helfe dir mal ganz kurz so ein bisschen, genau. Also du hast bis dato immer mit deinen vorhandenen Haaren noch kaschiert um deinen Oberkopf, sag ich mal. Sehr, sehr viel Zeit gekostet morgens und ja, eine Stunde insgesamt. Und das leidige Thema, bist du leid gewesen, jetzt stehst du hier? Ja. Cool. Ich freue mich mega auf die Transformation, vor allem weil du es machst, Dennis. Und ich kann dir schon mal versprechen, du wirst so nicht mehr hier rausgehen. Das heißt, sei gespannt. Du hast mega krasse Augen, das werdet ihr wahrscheinlich gleich nochmal sehen. Das heißt, wir starten jetzt. Also let's go. Peace. Ciao. Peace. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020